Ich schaue, dass ihr nicht mit drauf seid. Viele wollen ja nicht mit drauf sein. Ne, da kennt mich keiner. Also, du filmst uns oder ich? Ihr könnt auch filmen, für euch selber. Ja, aber dann bitte ich hier mit drauf. Achso, kein Problem. Ich kann ruhig mit drauf sein, es stört mich nicht. Also, ich fange jetzt mal an. So, meine Lieben, ich habe von Kunden eine Mail gekriegt, die wollen gerne diese Wohnung, die kostet nämlich nur 59.000 Euro. In einer wunderschönen Anlage. Euch gefällt es ja auch, ne? Ihr habt das Vorrecht, wie gesagt. So, jetzt quatsche ich nicht mehr dazwischen. Du hast die Schlüssel? Oder soll ich die Schlüssel nehmen? Bitte? Soll ich die Schlüssel nehmen und aufmachen? Gut. Ich lasse euch mal jetzt in Ruhe. Ich mag es immer nicht, wenn die Leute dazwischen quatschen, ja? So. Jawohl, okay. Aber sauber ist sie schon, ne? Also, für das, was ihr sonst gesehen habt, war ja richtig kaputt. Ich habe keine Bauchschmerzen. Sehr gut. Die Aura ist echt gut. Die Anlage gepflegt. Yes. Und Generator haben wir auch. Das ist der Gemeinschaftsparkplatz hier. Meine Kunden will ich nicht filmen. Also, bis später. Ja. So, meine Lieben. Also, ihr seht, sehr gepflegt hier alles, ja? Und das Gebäude schaut auch anders aus als andere Objekte. Und hier gibt es nochmal Parkstellen, wo man sich hinhocken kann, ausruhen kann. Also, die Kunden haben das Vorrecht, weil sie sind ja extra jetzt hier und schauen sie das an. Und andere Kunden hatten schon sehr starkes Interesse und die überlegen auch noch. Und jetzt mache ich noch das Video, damit sie sich dann in Ruhe entscheiden können. Es ist dieses Objekt hier und die schauen alle ähnlich aus. Die Nebenkosten betragen 20 Euro im Monat für Gärtnerarbeiten, Poolreinigung und Aufzugskosten. Man kann auch so verglasen, wie es diese hier gemacht haben, diese Leute, wenn man möchte. Dann, man hat von der Wohnung auch ein bisschen mehr Blick. Also, hier haben wir die Poolanlage. Wir haben Sauna, Fitness, Hammam, alles. Und Pool wird gerade gemacht. Hier haben sie gerade neu gespachtelt. Also, hier wird was getan. Ja, ich habe ja noch ein anderes Objekt, da ist ja der Pool sogar schon voll. Da sind aber die Nebenkosten auch höher. Da ist alles noch mehr wie geleckt, alles top. Hier haben wir sogar einen Tennisplatz, also wirklich hammermäßig. Da kann man dann mit Nachbarn Tennis spielen. Ja, so, jetzt filme ich es euch. Und falls es dann jemandem gefällt, der muss dann sofort sich melden und sofort zulangen. Jetzt gehen wir zur Wohnung rein. Hier unten haben wir Hammam und Saunazugang. Also, Treppen haben wir schon. Also, es ist nichts für Leute, die nicht mehr laufen können. Wir haben hier überall so Sitzmöglichkeiten, Gemeinschaftsbereiche. Wo man dann mit den anderen Leuten Kaffee trinken kann. Das hier ist der Gemeinschaftsraum. Hier kann man auch, wenn es mal draußen regnet, mit anderen Leuten Kaffee trinken. Die Liegen sind schon gekauft, alles schon vorbereitet. Und auch alles mit Ordnung von 8 bis 22 Uhr kann man im Pool nutzen. Hier haben sie auch wieder gespachtelt. Danach wird es abgeschliffen, dann schaut es wieder sauberer aus. Ja, diese Aussicht habt ihr, weil das ist nämlich das Objekt. Das ist das Objekt. Und hier unten haben wir auch wieder Sitzmöglichkeiten. Hier unten haben wir auch wieder Wege. Das ganze Areal gehört ja euch mit. Das sind Rosen. Das hier wäre euer Balkon komplett. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier ist auch alles schön gepflegt. Wir brauchen in dem Fall keinen Aufzug. Und in dem ganzen Komplex hier wohnen viele Skandinavier, Holländer, Deutsche. Neben euch habt ihr die Williams-Krisbirne. So, jetzt gehen wir mal rein. Die übliche Stahltür. So, jetzt sind wir in der Wohnung. Ich muss jetzt nur mal schnell die Vorhänge hochziehen. Ja, also hier haben wir das Bad mit einem Fensterchen. Und was selten ist, ist Dusche und Wanne. Dusche und Wanne. Und ein hängiges Klo. Einfacher zum Saubermachen. Durchlauf jetzt ist schon da. Dann mache ich mal hier die Tür auf. Für meine Kunden, dass sie rein können. Jetzt machen wir mal schnell hier. Hier mal auf. Wir haben auch Fliegen, Gitter. Dann hier haben wir das Schlafzimmer. Dann machen wir mal die Sicherung mit an. Das ist auch wieder fit zu hoch. FI-Schutzschalter haben wir auch. Dann haben wir hier die Küche. Das ist die Aussicht. Also dieser Balkon ist wirklich riesig. Dann haben wir hier einen Siemens-Kühlschrank. Siemens-Spülmaschine. Dann haben wir hier ein... Das ist sehr interessant. Ein schöner Essbereich. Dann haben wir hier Fernseher, Klimaanlagen. Auf alle elektrischen Drähte gibt es 6 Monate Garantie. So, machen wir mal hoch hier. Das sind unklappbare Liegen. Sogar die kleinen... Den kleinen Hocker kann man hochklappen. Hier hat man sogar mehr Blick da vorne. Da vorne haben wir mehr Blick. Also Leute, eine schicke 1 plus 1 Wohnung. Für nur 59.000 mit allem drum und dran. Der Preis ist wirklich super. Aktuell findet ihr sowas nicht für so einen Preis. Da bin ich wieder mal der günstigste. Und... Kann man... Dimmeln oder was? So, jetzt sind wir hier am Balkon. Das ist die wunderschöne Aussicht. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Kommt ruhig rein. Bitteschön. Bitteschön. Hier haben wir ein Problem, was wir öfters haben. Denn wenn hier keiner wohnt, dann... Ich sag ja immer, man muss hier wohnen. Das sag ich nicht aus Spaß. Man muss hier wohnen, dann bekommt man was mit. Und man kann auch dann den Abfluss sauber machen von Blättern. Weil die Blätter gehen dann hier rein. Und dann verstopft es. Und dann geht das Wasser hoch. Und bis hierher. Und man sieht es aber, dass es von dem Abfluss kommt, wenn es über... Zu hoch steigt. Denn hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Dann haben wir hier Steckdose. Antennenanschluss. Und wir haben hier Wasseranschluss. Wirklich sehr schön. Das sind jetzt englische Kunden. Boah, es riecht echt nach Orange oder Mandarine. Wirklich. Leute, herrlich. Wir sind in Dämmertasch übrigens, Stadtteil Dämmertasch. Knapp fünf bis zehn Minuten nach Mahmudlar mit dem Auto. Die Busstation ist da. Bim ist da. Und hier von unserem Balkon. Aber für den Balkon ist es schon fast so zu groß. Sieht man auch hier hinten das Meer. Also, so viel mal von mir. Und ihr habt auf die elektrischen Geräte sechs Monate Garantie. Gefällt mir. Gefällt mir. Das kann man umklappen. Das kann man umklappen. Hier. Wie ging das gerade? Habe ich doch. Hier schaut. Zack. Dann kann man das. Da hat man unten Ablagemöglichkeiten. Hier. Und man kann das. Man kann dann hier sich schön hinlegen sogar. Ja. Weil die anderen neuen Sachen kosten viel mehr. Und haben nicht so eine schöne Aura. Und sind auch kleiner leider. Die neuen Sachen sind immer sauklein leider. Stuckarbeiten sind super. Ich denke mal, die ist jetzt dann gleich weg. Die war ja fast schon weg. Nur die Leute können nicht sofort. Aber der Hausbesitzer kann nur sofort. Und der will das verkaufen. Da war jetzt ein Tropfen auf der Linse. Okay. So viel von mir. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen! Hala, hala, hala! Hala, hala! Hala, hala! Amandir, gellole! Hala, hala, hala! Hala, hala, hala! Hala, hala, hala! Hala, hala! Untertitelung des ZDF, 2020